Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Road Liner. Heute stellen wir euch mal wieder was ganz anderes vor. Ihr wisst ja, wir schauen gerne mal über den Tellerrand. In dem Fall gibt es was aus dem Bereich Spielzeug. Spiel ist aber auf den ersten Blick richtig cool. Ich habe es auf der Spielwarenmesse in Nürnberg 2019 zum ersten Mal gesehen. Das ist immer wieder ausverkauft. Das ist nämlich der Road Liner. Du bestimmst den Weg, zeichne eine Linie und das Auto folgt dir. Teilweise in Sequenz im Hintergrund seht ihr dann, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, dieser Road Liner, der wird am Anfang erst einmal beklebt in dem Fall. Da hat man verschiedene Möglichkeiten. Der Lias zeigt es, beziehungsweise man sieht es auch teilweise im Hintergrund. So, und dann kann man praktisch ein Puzzle aufbauen und einfach mal den Road Liner bei diesen Puzzleteilen abfahren lassen. Das geht bis zu vier Meter. Da ist noch wahnsinnig viel dabei. Also, ich darf nicht verrutschen. Bei weitem mehr. Und dann hat der natürlich noch einen Vorteil. Man muss nicht unbedingt bei den Puzzleteilen abfahren, sondern, man sieht das jetzt mal hier, Man kann auch auf dem Blatt Papier, in dem Fall, mal gucken, ob das funktioniert, das aufzeichnen. Jawohl, das funktioniert super. Oh, jetzt bin ich mal geschaut, ob man die Hürde schafft. Genau. So, und das ist schon irgendwie faszinierend, oder Elias? Also, das auf jeden Fall. Angegeben ist mit fünf, das finde ich schon ein bisschen sportlich, weil man muss auf ein paar Dinge achten. Weil, es ist ein schwarzer Stift dabei und da muss man auf die Breite achten. Ich glaube, fünf bis neun Millimeter müssen es auf jeden Fall sein, damit der Sensor, der hier drunten ist, hier ist ein Sensor, damit der Sensor das auch erkennt. Und deswegen ruckelt es ab und zu auch. Das ist normal. Wundert euch also nicht, wenn es teilweise ruckelt. Das ist normal. Steht auch in der Anleitung dabei. Aber das ist ein Spiel, wo man... Papa, lass nochmal laufen. ...Spielzeug, wo man sofort losspielen kann und sofort verschiedene Bahnen kreieren kann. Die Fahrt dann nicht. Das Problem, was man nur hat, man hat einen hohen Blätterverbrauch. Das müsst ihr euch natürlich überlegen. Wenn ich hier sehe, allein jetzt heute, was hier Blätter verwendet wurden, uh, das ist schon eine Menge. Ihr könnt natürlich eins machen, ihr könnt sie ausschneiden und verschiedene Fahrrouten machen. Dann spart ihr euch auf jeden Fall Papier. Das werden wir auch machen, weil sonst gehen die Blätter zur Neigung. Dann schmeißt man alles in den Müll. Naja, also das ist so ein Punkt, das muss dann jeder selber für sich erscheinen. Ich habe ihn mal gemacht. Genau. Der Sensor reagiert aber nicht immer. Ich habe euch teilweise auch im Hintergrund ein paar Sequenzen gezeigt, wo es nicht so gut funktioniert hat. Also für und wieder, man braucht auf jeden Fall den richtigen Strich. So kann man es mal sagen. Das muss auf jeden Fall passen. Und das Tolle ist, ihr braucht nicht die ganze Zeit immer diesen Stift verwenden. Ihr könnt auch einen dickeren Edding nehmen. Muss nur von der Breite her passen. Also ein bisschen dick muss er sein. Das seht ihr ja auf diesen ganzen Bildern. Und wild und cool wäre das vorgestellt als Fördert Kreativität und Feinmotorin. Wie gesagt, erschienen bei die Spiegelburg. Das zähle ich euch immer mal wieder ein paar Spiele, auch ein paar coole Bücher vor. Und das Spielzeug, das hat mich jetzt absolut angelacht. Und es gibt es ab und zu immer wieder im Handel. Aber ich habe ja gesagt, immer mal wieder ausverkauft. Also ist schon ein Spielzeug, wo aktuell im Handel sehr gut ankommt. So, der Elias ist sieben Jahre. Die Alina ist fünf. Die hat teilweise ein bisschen Probleme. Deswegen habe ich auch gesagt, fünf Jahre finde ich auch durchaus sportlich. Elias, wie findest du denn das? Zu schwer? Gut. Altersgerecht? Fangen wir mal an. Ist das zu schwer? Nö. Erkennt du jedes Mal die Bahn? Das erkennt nicht jedes Mal. Nicht immer. Wie findest du das? Cool? Okay? Cool. Okay eher? Cool. Also ich finde es ganz gut. Es ist natürlich immer so ein Zeitfaktor. Wie lange spielt ihr das? Wenn ihr das am Anfang auspackt, dann baut ihr erst einmal oder ihr malt über mehrere Stunden durchaus. Das Ganze. Und ihr baut auf dem Boden verschiedene Bahnen etc. Wir haben es euch jetzt einfach mal auf dem Tisch demonstriert. Und am Anfang solltet ihr erst einmal puzzeln, um mit dem Ganzen klar zu kommen. Und dann nehmt ihr einfach ein großes Blatt Papier, verschiebt mehrere Blätter, DIN A4-Blätter, je nachdem auch zusammen. Und wir haben gar nicht große Blätter. Doch, wir haben jetzt große genommen. Normalerweise habe ich ja nur von Drucker DIN A4-Papier solche große. Aber der Verbrauch ist durchaus enorm. Also das müsst ihr wissen. Aber ein cooles Gadget, kann man das sagen? So Gimmick oder Gadget dann in dem Fall. Und noch mehr Infos zum Roadliner findet man unter roadliner.koppenrad.de. Gegebenenfalls könnt ihr auch unten mal unter der Beschreibung schauen. Da habe ich einige Links mit denen. Links könnt ihr uns immer unterstützen. Ihr könnt uns auch andersweitig unterstützen. Schaut auf jeden Fall mal im Abspann oder in der Beschreibung rein. Also ein durchaus witziger Roadliner. Mal was ganz anderes. Und das Coole ist, man kann bekleben. Also der Spielspaß ist zumindest für die Anfangszeit auf jeden Fall sehr hoch. Dann lässt es etwas nach. Aber das ist bei vielen Spielzeugsachen ja auf jeden Fall so. Aber die Kinder kommen natürlich voll auf ihre Kosten, können alleine spielen, puzzeln zusammen. Wenn man zwei hat, der Elias hat es auch gesagt, dann kann man sogar ein Rennen gegeneinander starten. Mal schauen. Wenn man zwei hat. Wenn man zwei hat, dann kann man auch seine Bahn, gegnerische Bahn dann bauen. Also überlegt es euch auf jeden Fall. Schaut je nachdem mal auf den Link. Und das war ein Spielzeug, der etwas anderen Art und Weise immer mal wieder einen Ausflug in die Welt des Spielzeugs. Nicht immer, aber immer wieder mal. Ich sage Tschüss, macht's gut, bis bald. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Zehn Daumen hoch oder ein Abo über Abos, wenn wir uns freuen. Von meiner Seite sage ich mal Tschüss. Tschüss, macht's gut, bis bald. Tschüss, macht's gut, bis bald.